Löten ist ein großer Bestandteil in der FPV-Welt. Meistens kommt auch kein FPV-Pilot um das Thema Löten herum. Deswegen zeige ich euch in diesem Video, was ihr zu tun habt, wenn ihr euren ersten Copter baut oder mal etwas reparieren müsst. Und wenn ihr dran bleibt, erfahrt ihr meine persönlichen Tipps und Tricks, die mir immer beim Löten helfen. Hey, mein Name ist Max aka Maximum FPV und ich bin hier mit FPV24. Und wie bereits gesagt, kommt im Normalfall kein Drohnenpilot an dem Thema Löten vorbei. Denn die Lötstellen und verlöteten Kabeln in euren Coptern sind der wichtigste Bestandteil. Denn daran hängt die ganze Elektronik. Und damit entscheidet sich auch, ob der Copter in die Luft geht oder ein Rauch aufsteigt. Wir haben das Video für euch in zwei Teile aufgesplittet. Zuerst zeige ich euch in vier einzelnen Schritten die Basics beim Löten. Und danach zeige ich euch meine persönlichen Tipps. Der erste Teil des Videos ist besonders für diejenigen geeignet, die sich das erste Mal mit dem Thema Löten auseinandersetzen. Aber auch erfahrenen FPV-Piloten können ja vielleicht noch etwas dazulernen. Kleiner Disclaimer am Anfang. Ich zeige euch in diesem Video lediglich meine Art und Weise, wie ich meine Quads löte und was mir dabei hilft. FPV24 und ich übernehmen keine Verantwortung, falls bei euch etwas schief gehen sollte. Ich bin kein gelernter Elektriker und dieses Video ist nur für den Hobbygebrauch gedacht. So, nachdem das auch geklärt ist, auf zum ersten Teil des Videos. Als allererstes verschaffe ich mir einen Überblick darüber, was ich löten möchte, ob alle meine Werkzeuge da sind, die ich benötige. Und ich gucke, wie lange die Kabel sein müssen, um diese eventuell zu kürzen. Während ich das tue, schalte ich immer schon Lötkolben ein, damit diese auch die gewünschte Temperatur vorheizen kann. Je nach Lötstelle wähle ich eine andere Temperatur. Es kommt immer auf die Lötstelle an. Habe ich eine kleine Lötstelle, brauche ich ca. 360 bis 70 Grad. Habe ich eine große Lötstelle, 390 bis 400 Grad. Das liegt ganz einfach daran, dass die größeren Lötstellen mehr Metall haben und dieses halt auch erhitzt werden muss. Was löten wir überhaupt? Wie ihr seht, haben wir einen Copter, der sehr reparaturbedürftig ist. Hier hinten zum Beispiel der XC60 Stecker ist demoliert. Dann haben wir am XC60 Pad, was ein sehr großes Pad ist, ist das Kabel abgerissen. Dann haben wir hier am ESC, haben wir mittelgroße Pads, wo die Motoren reingelötet werden. Und oben am FC, der leider ein bisschen abgefallen ist, haben wir auch relativ kleine Lötstellen, wo wir auch noch ein paar Kabel verlöten müssen. Als nächstes kommen wir zu den Werkzeugen, die ihr beim Löten benötigt. Da hätten wir als erstes einmal einen Lötschwamm oder Lötwolle zum Reinigen vom Lötkolben. Des Weiteren hätten wir eine Schere oder eine kleine Zange zum Kürzen von Kabeln und zum Abisolieren von Kabeln. Dann haben wir natürlich auch Lötzinnen. Hier haben wir das von TBS, das Lötzinnen. Dann, was ganz hilfreich ist, ist so eine helfende Hand. Die kann euch auch das Leben deutlich erleichtern, wenn ihr mal zwei Kabel aneinander löten wollt. Und es ist halt ein bisschen schwierig, mit zwei Händen dann noch zwei Kabel zu halten und dann noch zu löten. Auch sehr hilfreich ist hier so ein Smokestopper. Den steckt ihr ganz einfach zwischen Akku und Kopter, damit euch beim ersten Einstecken vom Akku der Kopter nicht in die Luft geht. Das hier ist ein selbstgebauter. Das Video dazu findet ihr oben in der Infocard oder hier haben wir auch einen fertigen von TBS, den man auch online kaufen kann. Jetzt zeige ich euch ein paar weitere nützliche Werkzeuge, die ihr beim Löten verwenden könnt. Zum einen hätten wir hier einen ganz einfachen Lötkolbenhalter. Da könnt ihr den heißen Lötkolben einfach reinstellen, ohne dass euch irgendwas verbrennt. Dann haben wir hier ein bisschen Modellbauknete. Die weitere Verwendung zeige ich euch später im Video. Natürlich auch Schrumpfschlauch zum Isolieren von Kabeln. Dann haben wir hier eine Abisolierzange. Spart euch einen kleinen Schritt, die Kabel abzuisolieren. Dann hätten wir hier noch Alkohol zum Reinigen von den Lötstellen. Auch sehr wichtig. Hier haben wir noch ein paar verschiedene Werkzeuge, die ihr einfach auch so benutzen könnt. Hier zum Beispiel eine weitere Lötspitze. Die gibt es in verschiedenen Größen. Für dickere, dünnere. Dann haben wir eine ganz einfache Pinzette. Zwei Schraubendreher. Hier noch ein bisschen Lötfett, was als Flussmittel dient, damit ihr das Flussverhalten vom Lötzinn besser ist. Auch noch hier eine Lötpumpe. Die erkläre ich euch auch noch später. Hier haben wir eine kleine Mini-Abzugshaube. Das dient dazu, dass ihr die Dämpfe, die beim Löten entstehen, je nachdem giftig sind, damit ihr die nicht einatmet. Und zum Schluss haben wir natürlich noch eine Lötmatte. Die ist sehr hilfreich, falls ihr an eurem Esstisch oder sonst wo lötet, dass ihr euch nicht den schönen Tisch versaut. Jetzt natürlich komme zum Herzstück beim Löten, den Lötkolben. Hier haben wir als Beispiel eine Lötstation von TBS, wo man vorne an der Station selber die Temperatur regeln kann. Die Temperatur bei der Station hier geht bis 480 Grad hoch und es ist deutlich heißer wie bei diesen kleinen Lötkolben, die wir euch später noch zeigen werden. Im Gegensatz zu der TBS-Lötstation, die wir euch eben gezeigt haben, sind die nächsten drei Lötkolben, die wir euch zeigen, mehr für den Gebrauch im Feld gedacht. Hier haben wir den Secure, Secure, wie auch immer man das genau ausspricht, den Secure SQ-D60B. Dieser ist deutlich portabler im Gegensatz zu der Lötstation, die wir euch eben gezeigt haben, da man hier einfach ein USB-C-Kabel dran steckt. Dieser geht dann an einen Barrel-Connector und das Kabel führt dann in einen XC60-Stecker, welchen ihr an euren Libro anschließen könnt. Deswegen könnt ihr das Ganze hier einfach mit ins Feld nehmen. Die Temperatur reicht hoch bis 400 Grad und ist somit geringer wie die von der Lötstation mit 480 Grad. Die Lötspitze kann man ganz einfach austauschen, indem man hier die zwei Schrauben lockert und dann eine andere Spitze aufsetzt. Dies kann man aber auch bei der Lötstation und bei den anderen zwei Lötkolben, die wir euch noch zeigen werden. Nun kommen wir zu den anderen zwei Lötkolben, die sehr, sehr baugleich sind, aber von unterschiedlichen Firmen. Da hätten wir einmal wieder den Secure SQ-001, das ist dieser hier. Und dann hätten wir den TS-100, der auch sehr bekannt ist von TBS. Beide gehen wieder bis 400 Grad und werden durch einen Barrel-Connector wieder am Lipo angeschlossen, deswegen auch sehr feldtauglich. Jedoch sind die nochmal ein Stückchen kleiner wie der eben gezeigte und damit nochmal ein Stück portabler. Im zweiten Schritt fange ich an, die Kabel abzuisolieren und die Lötstellen zu reinigen. Das Reinigen könnt ihr ganz einfach mit 99%igem Reinigungsalkohol machen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Reinigen dient dazu, dass die Lötpads von allen Fetten und Unreinheiten befreit werden, damit später der Lötzinn auf den Pads besser haftet. Damit ihr später eure Kabel ordentlich an euren Kopf verlöten könnt, braucht ihr natürlich das Metall von den Kabeln und nicht die Isolierung. Diese müsst ihr entfernen. Den Vorgang nennt man abisolieren. Grundsätzlich müsst ihr so ca. 1 mm von der Kabellänge abisolieren, damit ihr später beim Löten gar keine Probleme habt. In meinem Fall mit der Schere müsst ihr wirklich darauf aufpassen und braucht ein bisschen Übung, bis ihr das ordentlich hinbekommt. Ihr müsst die Schere nehmen, ansetzen und versucht, dass ihr einmal im Uhrzeigersinn um das Kabel drumherum geht. Aber ihr dürft dabei nicht zu sehr zudrücken, sonst habt ihr nachher das Metall auch abgeschnitten und könnt dann nachher nicht mehr ordentlich löten, weil das Kabel zu kurz ist. Falls ihr es euch ein bisschen einfacher machen wollt und auch ein bisschen professioneller, könnt ihr euch so eine abisoliert Zange kaufen. Da müsst ihr einfach nur bei der entsprechenden Kabeldicke das Kabel reinlegen, zudrücken. Dann wird die Isolierung schon perfekt abgeschnitten und ihr müsst einfach nur die Isolierung dann später abziehen. Übrigens, so eine Zange findet ihr auch in dem Ethics Tool Case, was ihr bei uns im Shop findet. Also guckt in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link. Wenn ihr nun alle Kabel entsprechend vorbereitet habt, also abisoliert und gekürzt, können wir zum nächsten Schritt fortfahren, dem Verzinnen. Verzinnen bedeutet einfach nur, dass ihr im Vorhinein schon etwas Lötzinnen auf die entsprechenden Lötpads, Kabel und auch den Lötkolben gebt, damit der Lötvorgang später einfacher vonstatten geht und sich die Materialien einfacher verbinden. Wichtig hierbei ist es, dass ihr an einer Lötstelle immer denselben Lötzinn verwendet. Weil wenn ihr schon Kabel habt, wo im Vorhinein schon etwas Lötzinn dran ist, kann es sein, dass die sich nicht so gut mit eurem Lötzinn verbinden. Deshalb mache ich immer auch auf die Kabel, wo schon bereits Lötzinn drauf ist, von meinem Lötzinnort etwas dazu, damit der Lötprozess dann im Endeffekt besser funktioniert. Nachdem ihr wie eben beschrieben schon Lötzinn auf den Lötkolben gegeben habt, kommen wir nun ans eigentliche Verzinnen der Komponenten. Bei einem Motorpad zum Beispiel, legt ihr die Spitze des Kolbens ganz einfach auf das Pad drauf und guckt, dass das Pad die Wärme des Lötkolbens übernimmt. Das könnt ihr meistens daran sehen, wenn das Lötzinn sich beim Auftragen noch nicht löst. Merkt ihr, dass das Pad einfach nicht warm genug ist. Wenn es warm genug ist, gebt ihr über die Spitze des Lötkolbens das Lötzinn auf das Pad. Falls ihr ein größeres Pad habt, wie zum Beispiel das XT60 Pad, nehmt ihr einfach die Spitze des Lötkolbens und reibt sie über das gesamte Pad. Damit einfach die Hitze des Lötkolbens nicht nur einen Teil vom Pad erwärmt, sondern wirklich das gesamte. Bei Kabeln versuche ich immer den Lötkolben vor mich zu stellen, damit ich beide Hände frei habe und nehme dann in die eine Hand das Kabel und in die andere Hand das Lötzinn. Falls ihr euren Lötkolben nicht hinstellen könnt, könnt ihr euch ganz einfach so eine helfende Hand nehmen und die dann vor euch stellen, platzieren und das Kabel da reinlegen. Generell beim Verzinnen von Kabeln nehme ich dann immer das Kabel und lege es auf den vorverzinten Lötkolben drauf und gucke, dass es erhitzt wird und gebe dann von oben Lötzinn drauf. Wichtig! Schaut immer, dass ihr euren Lötkolben sauber haltet. Denn je sauberer der Lötkolben ist, desto besser werden nachher die Lötstellen und desto einfacher ist es zu löten. Das kann man daran erkennen, wenn die Spitze des Lötkolbens nicht mehr schön glänzt, sondern matt und dunkel wird. Meistens bildet sich auch eine Kruste oder wie so ein Film auf der Spitze und das erschwert das Löten sehr, denn die Kruste ist logischerweise nicht flüssig wie das Lötzinn, sondern wird fest. Wenn ihr Pech habt, können sich beim Entfernen des Lötkolbens kleine Spitzen bilden. Diese sehen meistens sich schön aus und sollten somit vermieden werden. Im schlimmsten Fall können diese Spitzen sogar euer Funksignal stören und somit einen Crash verursachen. Säubert die Lötspitze ganz einfach mit Hilfe des Lötschwamms oder der Lötwolle. Wenn euer Lötkolben nun wieder schön glänzt, könnt ihr ganz einfach ein neues Lötzinn drauf geben und weiter zur nächsten Lötstelle gehen. Wenn ihr nun alles vorbereitet habt und alles schön verzinnt habt, könnt ihr nun anfangen mit dem Löten. Das Löten an und für sich geht eigentlich ziemlich schnell. Zuerst reinigt ihr den Lötkolben erneut und gebt frischen Lötzinn drauf. Nehmt beispielsweise euer Kabel und euer Pad auf dem ESC oder FC. Fangt damit an, das verzinnte Pad erneut zu erhitzen, sodass das Lötzinn wieder flüssig wird. Dann drückt ihr mit dem Lötkolben das Kabel auf das Pad in das flüssige Lot. Da ihr nun Hitze von oben und von unten habt, solltet das Kabel quasi mit der Blase aus Lötzinn verschmelzen. Nehmt euch im besten Fall immer eine kleine Pinzette zur Hand, damit ihr die kleineren Kabel oder bei kleineren Lötstellen die Kabel dann viel präziser verlegen könnt. Beim nächsten Beispiel nehmt ihr euch am besten eure helfende Hand oder etwas Knete dazu. Bei dickeren Kabeln benötigt ihr mehr Hitze, genauso wie bei größeren Lötpads, da es mehr Metall gibt, was erhitzt werden muss. Der XC60 Stecker ist etwas schwerer zu löten. Aber wenn ihr beim Vorbereiten der Kabel darauf achtet, dass die Kabel genau in die Hülsen vom Stecker passen, geht das deutlich einfacher. Nachdem ihr dann auch den XC60 Stecker verzinnt habt und den Stecker erhitzt habt, könnt ihr die vorverzinnten Kabel einfach in die Hülse reinlegen und verlöten. Die ESC Motorpads bei einem 30x30 Stecker sind eigentlich immer sehr schön zu löten, da die Pads einigermaßen groß sind und sehr weit auseinander im Gegensatz zum FC. Wenn ihr dann alles gut vorbereitet habt, sollten diese Lötstellen gar kein Problem sein. Beim FC habt ihr meistens kleinere Lötstellen und kleinere Kabel, deswegen benötigt ihr besonders da weniger Hitze. Wie bereits eben schon gesagt, benutzt eine Pinzette, um die kleineren Kabel ordentlich in Position zu bringen. Falls ihr mehrere Kabel direkt nebeneinander gelötet habt, versichert euch zu 100%, dass ihr nicht aus Versehen Lötzinn oder sonst eine Metallverbindung zwischen den einzelnen Pads besteht. Sonst könnte es sein, dass ihr beim Einstecken des Lipos einen Kurzschuss verursacht und euch dann im Zweifel irgendwas durchbrennt. Das ist nützlich, wenn ihr ein Kabel verlängern wollt oder zum Beispiel bereits vorhandene Stecker von Kamera oder sonstiges mit einem neuen Kabel verbinden wollt. Auch hier benötigt ihr etwas, um die Kabel in Position zu halten. Wichtig, fädelt bevor ihr die Kabel zusammenlötet ein Stück Schrumpfschlauch über eine Seite des Kabels. Das dient später dazu, die Kabel wieder richtig zu isolieren. Bringt die verzinnten Kabel so zusammen, dass die Kabel jeweils ein paar Millimeter nebeneinander sind. Dann erhitzt ihr beide Kabel mit dem Lötkolben von unten. Dann sollen die Kabel sich schon verbinden und ihr könnt noch etwas Lötzinn hinzugeben. Tricky an der Sache ist, dass die Kabel gleichmäßig aneinander gelötet werden. Wenn ihr zufrieden seid, könnt ihr den Schrumpfschlauch über die Lötstelle ziehen und erhitzen. So zieht er sich zusammen und isoliert die Kabel erneut. Um den Schrumpfschlauch zu erhitzen, könnt ihr entweder den Lötkolben nehmen, ein Feuerzeug oder um es noch ein bisschen professioneller zu machen, eine Heißluftpistole. Wenn ihr dann alles fertig gelötet habt, müsst ihr noch einmal kontrollieren, ob ihr auch nichts falsch gemacht habt. Dafür benutze ich immer drei Schritte. Zuerst schaue ich mir die Lötstellen an und kontrolliere, wie bereits bei Beispiel 3 gesagt, ob ein Kurzschluss entstehen könnte. Im Zweifel nutze ich dafür auch eine Lupe. Danach schaue ich, ob die Kabel überhaupt halten. Und wie macht man das natürlich am besten? Indem man an den Kabeln zieht. Natürlich sollt ihr nicht mit voller Gewalt an den Kabel ziehen, aber schon einigermaßen fest. Denn bei einem Crash im Baum könnten schlecht gelötete Lötstellen schnell mal abreißen und dann euren Copter noch mehr zerstören. Bevor ich dann das erste Mal den Lipo einstecke, benutze ich zwischen Lipo und XC60 Stecker vom Copter einen Smokestopper. So ein Smokestopper, den wir euch bereits eben schon gezeigt haben, verhindert einen Kurzschluss, falls ihr etwas bei der Prüfung übersehen habt. Legt euch lieber für ein paar Euro einen Smokestopper zu oder baut ihn euch selber, wie wir es euch bereits gezeigt haben, bevor euch nachher der ganze Copter von mehreren hundert Euro kaputt geht, weil irgendetwas durchbrennt. Benutzt den Smokestopper nicht nur, wenn ihr euren Copter gebaut habt, sondern auch jedes Mal, wenn ihr irgendwas repariert habt oder irgendwas an dem Copter gelötet habt, damit auch da verhindert wird, dass ihr irgendetwas falsch gemacht habt oder übersehen habt und nachher der Copter im Eimer ist. So, nun zeige ich euch meine persönlichen Tipps, die mir immer helfen, wenn ich am Löten bin. Zuerst kommen wir zu dem zusätzlichen Werkzeug, was ich benutze. Falls ihr euch schon mal vertan habt mit dem Lötpad oder zu viel Lötzinn benutzt habt und somit zwei Pads verbunden habt, könnt ihr mit der Lötpumpe das erhitzte Lötzinn ganz einfach einsaugen. Eine hitzebeständige Unterlage ist auch sehr wichtig, damit ihr euren Tisch, an dem ihr eure Lötarbeiten durchführt, nicht beschmutzt oder Brandstellen reinmacht. Als Alternative zu einer helfenden Hand könnt ihr auch einfache Modellbauknete benutzen und damit eure Platinen Stellung halten. Beim Löten selbst benutze ich immer mehr Hitze als benötigt, denn je heißer der Lötkolben, desto schneller kann man auch löten. Durch die hohe Hitze kann ich ganz schnell auf die Lötpads draufgehen und die Kabel ganz einfach verlöten. Das kann ich aber nur empfehlen, wenn ihr schon öfters gelötet habt, weil wenn ihr dann stundenlang mit dem ganz heißen Lötkolben auf das Lötpad draufhaltet, kann es sein, dass der ESC zum Beispiel Schaden nimmt durch die Hitze. Dann benutze ich immer sehr viel Lötzinn, damit der Lötkolben immer schön sauber ist und die Lötstellen am Ende nicht dunkel werden, sondern immer schön. Also auch wenn sich nur ein bisschen Kruste gebildet hat, benutze ich wieder neues Lötzinn, damit es am Ende ein schönes Ergebnis wird. Das geht einher mit meinem letzten Tipp, dass wir schön an der Lötstellen mit extra Lötzinn. Wenn alle Lötstellen dann ausgehärtet sind und abgekühlt sind, benutze ich nochmal extra Lötzinn, damit das Endergebnis gleichmäßig und sauber aussieht. Das war es auch schon mit dem Video rund um das Thema Löten. Ich hoffe, ich konnte euch den ein oder anderen Trick zeigen, den ihr bei eurem nächsten Bild mal ausprobiert. Was sind denn eure Tipps? Schreibt sie gerne in die Kommentare und teilt sie mit der Community. Die Links zu allen Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr auch kein Video mehr von uns verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Stay tuned!